Servusle meine Lieben und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Scum im Voucher mit unserem Alterle. Wir sind fast am Ziel angekommen, ein Stückchen Weg fahren wir noch zusammen. Dann sind wir an der Küste unten bei diesem Ausleger. Da möchte ich mich ein bisschen umschauen, ob wir da nicht ein schönes Zuhause finden. Lange genug aus dem Koffer gelebt. Ich brauche jetzt irgendwo ein Headquarter, also einen Stützpunkt, eine Basis, wo ich Kisten aufbaue, mein Loot rauspacken kann, so dass wir komplett mit leerem Inventar auf Loot-Tour gehen können mal. Weil so wie es jetzt aktuell ist, muss ich halt ständig austauschen und irgendwelche Sachen dann zurücklassen. Schön wäre es, wenn wir irgendwo einen Stützpunkt hätten mal. Jetzt habe ich mir überlegt, weißt du, die Map ist so schön, überall gibt es so coole Stellen. Ich nehme jetzt einfach das nächstbeste, was man so ins Auge springt und fange einfach mal an. Wir werden noch so viel von der Map wahrscheinlich kennenlernen, dass man da zur Not halt auch umzieht. So, ich lasse einfach mal ausrollen hier, das gefällt mir sehr gut. Am Fluss, ist doch ein Fluss, oder? Ist das auch schon nicht? Das ist auch schon der Ausläufer vom Meer. So, guck mal, da vorne kommt wieder was. Und das sieht aber schon wieder nach Industrie aus, ne? Da werden wir wahrscheinlich dann auch wieder den einen oder anderen größeren Roboter gleich sehen. Wir sollten mal rüberlinsen. Es könnte auch sein, dass das einfach nur ein schönes Hafengelände ist, das nicht bewacht ist, ne? Ich kann mal von hier, wir lassen uns mal kurz aussteigen. Vielleicht kann ich kurz rüberlinsen. Mach mal langsam, Alter, du verbrauchst mir zu viel Energie. Oh, das sieht gar nicht schlecht aus da drüben. Das ist die Ecke, wo ich hin will, ne? Ich gucke jetzt praktisch da drauf, wo ich hinfahren wollte. Auf einmal ist das Licht weg. Das sieht gar nicht so schlecht aus da drüben. Wir wollen gucken, ob wir da was finden. Ja, da gibt es bestimmt auch noch das ein oder andere Dörfchen. Das wollen wir irgendwo einen Punkt haben, wo wir einfach zu Hause sind jetzt, ne? So. Es gibt noch so viel zu entdecken, oh. Fahren wir mal rüber, würde ich sagen. Wer weiß, was noch auf dem Weg alles liegt. Wenn irgendwo ein Feld ist oder so, das mir ins Auge springt, werde ich natürlich kurz anhalten. Müssen wir den ganzen Weg ausfahren? Lass mich mal kurz gucken. Naja, komm, das fahren wir jetzt aus, das Ding. So. Wobei, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich hätte auch kein Problem damit, einfach nur hier mobil über die Map zu heizen, mir alles anzuschauen in Ruhe. Aber ich will ja auch mal gucken, wie das mit den Kisten funktioniert. Ein Bett will ich mir bauen. Und vielleicht wollen wir später auch mal so, naja, zumindest mal gucken, wie die Defense Sachen sind, die man so bauen kann. Dass wir einfach ein bisschen was gesehen haben, auch noch in die Richtung, ne? Wie gesagt, mir macht es gerade unheimlich Laune, mit meinem Bulldogz alle hier durch die Gegend zu preschen. Ich finde es total gut. Ja, es ist schon noch ein Stück Weg bis darüber, aber das fahren wir jetzt zusammen. Ich komme ja unterwegs jetzt schon was. Es muss nur irgendwie das Gebäude sein, wo ich sage, oh, das möchte ich. Dann sind wir schon angekommen. Hier, die brauche ich jetzt noch nicht. Da machen wir dann später solche Touren. Jetzt pass mal auf, ich glaube, hier ist auch schon ein kleines Städtle, ne? Hier ist doch auch schon was. Guck mal, das wäre sogar ein einzelnes Haus, das ein bisschen abgelegen ist. Wollen wir uns das mal ganz kurz merken? Wollen wir uns das mal ganz kurz merken? Ich spiele ja jetzt hier auf dem Singleplayer. Es ist also egal, wie viele Fenster das Haus hat. Lass mich mal ganz kurz rüber schnalzen. Wollen wir rüber, das hätte auch ein Friedhof sein können, ne? Hier eine schöne einladende Treppe. Du bist direkt am Wasser. Kleine Terrasse. Das reicht uns doch, oder? Das reicht uns doch. Und von hier aus wäre es jetzt dann auch kein Thema, da drüben das Ding zu looten. Wir fahren mal kurz rüber. Nur rüberfahren. Schauen. Gibt es drüben große Roboter? Ja, nein. Wenn es große Roboter gibt, drehe ich auf dem Hacken rum. Da vorne steht auch noch ein Häusle frei. Dann drehe ich rum. Dann lassen wir uns hier einfach mal nieder. Und dann sorgen wir als nächstes dafür. Alter, so wird es nichts. Da fehlt ein Fahrer. Dann sorgen wir als nächstes dafür, dass ich so viele Kisten habe, dass wir unseren kompletten Loot reinkriegen. Und dann machen wir eine schöne Loot-Tour mit leerem Inventar. Das ist ja noch cooler hier, weil es umzäunt ist. Ich glaube, ich nehme die Villa Kunterbund hier. Ja, ich glaube, das ist gebongt. Es sei denn, da vorne am Hafen ist kein Roboter und wir haben da noch ein schönes Häusle oder so. Hier, das ist doch goldig. In so einer alten Ruine gelegen. Schön im Grünen. Vielleicht finden wir hier auch was zum Jagen. Wie heißt denn das Viertel hier? Spikowina. Siehst du? Spikowina. Jetzt gehen wir mal runter in das Hafengelände. Ich bin gespannt, was uns da erwartet. Alles schön. Guck mal hier auch. Gleich das Türmele mitten im Dings drin. Ich möchte halt gerne an dem Hafenstück da vorne. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hätte halt voll Bock. Da sehe ich einen Steg. Das war der Bootssteg. Jetzt müssen wir nur gucken, wenn es eingezäunt ist. Ja, es ist eingezäunt. Ich nehme einfach mal an. Baps. Ich nehme einfach mal an. Dass hier auch große Roboter drin sein werden. Ich bin gespannt. Ich gucke nur über die Mauer. Ich laufe nicht drüber. Ja. Das ist auch bewacht, gell? Ja, das muss ja nicht sein. Dann gehen wir hierher looten, wenn wir stark genug sind, um so ein Roboter Platz zu kriegen. Dann holen wir uns vorne das gelbe Häuschen. Ich gucke noch mal beide an gleich. Ich will noch mal kurz reinlinsen. Das war mir fast klar. Sicherheitsnadel. Gut, kann ich ja mitnehmen. Ah, Doppelklick habt ihr geschrieben, gell? Und hier tatsächlich den Prüfer wieder machen. Ob irgendwas in der Umgebung liegt. Scheinbar nicht. Durchsuche ich. Was war hier? Da war doch was angezeigt, ne? Kein Gegenstand gefunden. Den müssen wir noch durchschauen. Ne, dann war es das hier in groben Zügen, denke ich mal. Ja. Ey, wenn das so eingezäunt ist, traue ich dem Teil nicht. Auf geht's. Gucken wir mal, dass wir uns ein kleines Lager aufbauen. Da oben steht übrigens auch der Kollege. Ist mir aber egal. Jetzt gucken wir mal, welches wir nehmen. Wichtig wäre halt ein Bett und Lagerfläche. Alles andere ist mir erstmal wurscht. Ich nehme eh an, dass ich irgendwann den Spot finde, wo ich sage, hier bin ich zu Hause. Und dass wir dann entsprechend uns da einrichten. Also hier haben wir auf jeden Fall ein hohes Lootgebiet. Und wenn wir uns die Zackstraße da hoch schaufeln, da findet man dann auch noch Cities zum Looten. Und da wir mobil sind, alles kein Problem, oder? So, das kleine Türmchen, Nachbarschaftserkundung, machen wir dann zu Fuß. Dass wir auch mal ohne den Wagen unterwegs sind. So, wie viele Kilometer sind, das steht da nicht dabei, gell? Nach Tipanji. Na gut, das wollen wir auch noch rausfinden. So, meine Lieben. Hier auch wunderschöne freie Fläche. Ah, ist doch herrlich. Jetzt pass auf. Pass auf. Das Gelbe ist natürlich mit einer supergeilen hohen Mauer umzäunt. Ich würde sagen, wir machen mal hier. Ich kann allerdings mit meinem Bulldog zählen. Und es ist ein Brunnen drin. Ich kann nur mit meinem Bulldog nicht reinfahren. Aber den könnte ich ja hier parken. Den könnte man ja hier parken erst mal. Und jetzt mal die Möglichkeit, vielleicht selber noch ein bisschen Hand anzulegen. Boah, das ist halt, das ist ziemlich cool mit der hohen Mauer. Und da hätte ich aber eine Terrasse. Also schöner ist das hier. Lass uns mal kurz ins Gelbe reingehen. Gucken, wie die Inneneinrichtung ist. Haha, ist das herrlich. Wir sind da. Hier bleiben wir jetzt erst mal. Wie gesagt, wir sind ja gleich überall, wenn wir wohin wollen. Machen wir mal die Kiste auf. Oh, schön. Aktion öffnen. Ich dachte, ich kann das schon kleben. Ne, die ist zu runter. Fall, guck mal. Wenn ich da jetzt reinlaufe, sind wir gleich tot. Und der Brunnen, der ist... Ah ne, hier kann ich trinken. Und da habt ihr gesagt, ich soll machen bis... Ich soll machen bis was? Magenvolumen, Darmvolumen. Ich trinke einfach jetzt mehrfach. Alter, was machst du denn? Trink einfach. Ich gucke mir das jetzt auch gleich mal an. So, Stoffwechsel. 10% Magenvolumen. Und ich glaube einfach, wenn wir jetzt noch mal trinken, dass wir so bis 30, 40% Magenvolumen mal mit Wasser aufpulvern. Er darf halt auch nicht kotzen oder sowas. Okay. Darmvolumen. Blase. Wir müssen auch gleich mal pinkeln. 75% Wasser. Ich trinke mal noch einen Schluck. Und leere gleich die Blase. Dass wir nicht überlaufen. So. Ich will eh nur pinkeln. Komm, Alter. Guck mal hier. An der Mauer bist du nicht der Erste, der gepinkelt hat. Schön ins Eck. Wie wir das früher auch gemacht haben. Man braucht einfach eine Ecke irgendwie zum Pinkeln, oder? So. La la li. Wenn du mal stehen bleiben würdest beim Pinkeln mit seinem Riesenschlauch. Ich finde immer noch gut, wie er den Kopf so dreht. So dieses. Mir kann keiner. Das war alles. Okay. Dann hast du dir es jetzt verdient, hier rein zu gucken. Wenn wir da überhaupt reinkommen. Das wäre aber ein ideales Lager für PvP, oder? Jetzt mal von der Lage unabhängig. Du kommst ja hier von außen nicht durch die Fenster rein, ne? Du hast praktisch diese eine Tür. So. Und dann hast du schon die Treppe nach oben. Ist hier noch ein Seitenzimmer. Ne, ist ein kleiner Balkon. Da könntest du runterschießen. Ich finde den Raum gar nicht schlecht, ne? Wenn ich es mal genau betrachte. So. Wir gucken mal, was es hier gibt. Kippen. Nehme ich mit. Doppelklick hat geklappt. Herzlichen Dank nochmal an der Stelle. Sowas mag ich dann. Ich spoilere mich ja nicht komplett, ne? Das heißt, ich überfliege auch ganz, ganz viele Hinweise. Aber so Kleinigkeiten wie, hey, mit einem Doppelklick und so. Das finde ich immer ganz gut. Das sind nämlich die Spielemechaniken, die man braucht, ne? Ne, ich wollte mich nicht ausruhen. Ich wollte jetzt hier das Ding kurz fertig looten. Ich finde es okay. Aber ich will drüben das andere Haus. Weil ich muss ja jetzt nicht auf alles achten, ne? Ein Lederrucksack. Ist dasselbe, wie wir hier haben. Wir könnten jetzt schon mal die Lumpen zerteilen. Wir brauchen eh ein paar Sachen, ne? Er nimmt mittlerweile immer die Säge. Muss ich gucken, wie viel Prozent die noch hat. Nicht, dass ich die irgendwann mal brauche, dann ist sie... Guck, du nimmst jetzt alle mit, die Sachen hier. Im Moment hast du nämlich Platz. Hier nochmal kurz den Blick reinschmeißen in den Raum. Lum, li, lum. Dann bin ich gespannt, ob wir hier vielleicht was zum Knabbern finden. Aber dann nimmt er die gesamte Umgebung. Ob ich drauf schaue oder nicht, ist ja wurscht, ne? So, wenn wir Glück haben, ist was im Ofen. Was haben wir hier? Einen Kochtopf? Einen Topf, wie man ihm im Haushalt zur Zubereitung von Nahrung... Den kann ich jetzt nicht nehmen, weil... Der braucht mehr Platz offensichtlich. Wäre jetzt kein Problem. Wenn er... Wie viel Platz braucht denn der? Lassen wir den kurz rausschmeißen. Boah! Dann würde ich den Rucksack eher mal hier lassen. Ich kann eh nur einen aufziehen. Das können wir gleich essen. Dann hat er auch mal wieder was im Magen. Einen Rucksack kann ich ja nachher holen. Ich bin ja jetzt der Nachbar von der Hütte. Achso, ihr habt gesagt, wenn der irgendwo drin liegt, in einem Inventar nur, gell? Im Moment liegt er nämlich hier. Dann würde ich ihn vielleicht doch zerschneiden. Wenn ich hier so reinlinze. Schulranzen. Brotzeitbox, Bücher und andere Schulgeräte. Noch ein Rucksack. Okay. Ich probiere mal kurz mein Glück. 2, 4, 5, 10, 15, 20. Schulranzen. Hat weniger. Und unser Backpack. 2, 4, 5, 20. Also sind sie gleich gut, ne? Und zerteile ich das Zeug jetzt. Ich kann hier nur einen aufziehen, wie es aussieht. Oder gilt ein Rucksack als Kiste? Wenn es so ist, dann ist es jetzt vorbei. Ich zerteile die jetzt. Komm, da haben wir schon mal ein paar Lumpen und so. Wir werden uns jetzt eh Kisten bauen. Das heißt, nächste Runde, Crafting-Runde mit Nachbarschaftsspaziergang, würde ich sagen. Jetzt könntest du aber eigentlich hier die Dinger gleich wieder formen, ne? Machen wir mal so einen. Und so einen. Dann ist es ein bisschen Platz sparender, schätze ich mal. So, da muss ich mich halt durchschauen, ne? Was da noch alles gibt, hey? Ist der Hammer. Da stellen wir noch so eins her. Die Masken. Und ganz interessant wird natürlich für mich rauszufinden, was ich hier unten anstellen kann. Ich zeige es euch gleich. Das habe ich nämlich schon gesehen im Vorfeld. Das wird so meins. Wo waren denn die? Wo war hier? Das waren die Beschläge. Ich glaube hier drin, ne? Spike Trap. Wooden Barrikade. Barricade Wire. Also da will ich schon ein bisschen rumgucken. Und auch solche Trophäen und so. Das will ich alles machen. Ähm, nochmal einen. Ja komm, das muss einfach sein ein bisschen. Gerade jetzt am Anfang kann man das noch drin lassen. Wenn ich später sowas mache, organisiere ich das zwischen den Runden. So, das war die Geschichte. Jetzt muss ich kurz gucken, dass wir das hier ordentlich reingelegt kriegen. Habe ich den jetzt wieder auseinander gemacht, oder? Ne, hier sind die Bündelstoffwetzen. Die zwei Bündel, das passt. Komm her, einen machen wir noch. Ach, da fehlt mir jetzt das Zeug hier. Garn könnte ich auch nehmen. Ich dachte, wir haben so viel Garn. Lass mich mal gucken. Oder habe ich den jetzt tatsächlich dafür verholzt? Habe ich nicht drauf? Ah, der liegt im Auto. Das kann natürlich auch sein. Egal, dann nehme ich die Sachen so mit. Ziel wäre ja, dass wir sie gleich wieder loswerden. Den zerschneide ich jetzt nicht. Jetzt haben wir erstmal genug Material. Also so vom Ding her ist es super abgesichert hier, oder? Eine Tür nur. Und eine Sonnenuhr, wenn ich es richtig sehe. Die nicht funktioniert. Sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Liegt hier was drauf? Ne. Und hier geht auch nochmal eine Tür weg? Oder ist das gar die Tür, die wir vorhin benutzt haben? Ne, da geht eine Tür runter ins Wasser. Ist aber eigentlich schon süß, gell? Jetzt gehen wir mal gucken, was wir uns rausgesucht haben. Vielleicht bin ich ja doch gleich wieder hier. Hier habe ich auf jeden Fall eine Wasserstelle. Ich muss ja im Prinzip nur rüberlaufen, wenn ich Wasser brauche. Also von daher nutzen wir es einfach so weit mit. Ah, das sind die Treppen. Okay, ich dachte schon, ich habe einen Bunker-Eingang gefunden hier. So, den Bulldogs, den habe ich ja schon abgestellt. Ja, zum Wasserholen können wir doch da rüber gehen. Ich glaube, das andere ist halt schöner, weil es eine Terrasse hat und so. Wir werden eh nicht auf der Hype sein. Außerdem kann ich dann hier die Dinger mit Spikes versuchen zuzumachen. So, jetzt gucken wir uns das hier auch nochmal an. Gucken wir erstmal hin, das Haus. Ganz gemütlich. Aber ich bin auch gleich da drüben eingezogen. So schlimm ist das jetzt nicht. So. Ne, weil hier kommst du natürlich im PvP rein. Aber guck mal, da hat man einen kleinen Steg da unten. Ist auch nicht schlecht, aber hier kommt halt jeder über die Mauer drüber. Außer die Zombies vielleicht, ne? Ich gucke mal rein, wie es sich angeht, wenn ich es mir so anschaue. Ey, das ist auch voll grümpelt. Da können wir gleich drüben wohnen. Wir gehen ins gelbe Haus. Gerade entschieden. Gerade entschieden. Und hier loote ich auch tatsächlich jetzt noch nicht durch, sondern erst, wenn ich sauber gemacht habe. Ich gucke nochmal überall durch so ein bisschen. Hier, das hätte mich halt so gefallen, diese kleine Aussichtsdinge. Aber naja. Scheiß drauf. Wir nehmen das gelbe Haus. Da bin ich zumindest auf jeden Fall abgesichert. War es das schon? Ist das nur zweistöckig? Na ja, guck mal. Da wackelt es ja sowieso so rum in den Häusern. Also von daher. Ich glaube, ich muss hier durch. Ne. Hallo? Wo bin ich denn gerade reingekommen, Leute? Kurzer Moment mal. Wie habe ich denn das geschafft, dass ich hier reingekommen bin? Ah, hier. Ne, hier ist die Terrasse. Dann haben wir hier den Balkon. Da drüben ist der nächste Balkon. Da muss irgendwo noch eine Tür sein, die ich jetzt nicht sehe. Wie habe ich denn das gemacht? Ah, hier ist die Treppe. Wir gehen rüber. Wir gehen rüber. Ja, ja, jetzt pass mal auf. Jetzt fängt es ja eigentlich an. Der wichtigste Punkt wäre ein Bett. Der zweitwichtigste Kisten. Ich muss mal kurz reingucken ins Inventar. Ins Handwerksmenü. Kisten und ein Bett. Gegenstände. Da sehe ich ein Baumrinden. Ah, Improves Toolbox. Zum Reparieren ist die dann. Nahrung, Baupläne. Also wenn ich so ein Bett machen will, brauche ich die Säge, die hätte ich, die Lumpen, die hätte ich, diesen Stahlring und ein langer Holzstock. Jetzt müssen wir mal ganz kurz was gucken in unserem Bulldozerle. So. Hier ist mein Garn, siehste. Da ist mein Garn. Da habe ich, den habe ich gesucht. Und dann würde ich tatsächlich den mal noch mit rüber nehmen. Ansonsten. Die kann ich mal hier hin machen vorläufig. Einen Longstick habe ich jetzt natürlich keinen. Wir könnten jetzt die mal rauslegen. Die reinlegen. Das geht wieder nicht von der Anordnung her jetzt. Oh, ist das bescheuert. Die würde gehen. Die würde nicht gehen. Ich muss Platz schaffen, kurz, für. Wie mache ich das am geschicktesten? Ich nehme an, dass ich die Axt jetzt halt schon brauche, oder? Ich räume jetzt erstmal hier unten was ein. Dann haben wir schon mal zwei Plätze hier. So, der Topf. Der Topf. Den kriege ich hier allerdings nicht mehr rein. Egal, wie ich es anstellen werde. Wir brauchen die, den Baseballschläger kann ich hochkant, glaube ich, gell? Pass mal auf, machen wir das kurz so. Und so. Ja, jetzt kriegt er wieder Hunger. Also machen wir so, so und so. Die zwei würde ich dann tatsächlich auch auslagern. Haben wir jetzt noch irgendwo einen Platz hier frei? Nee. Es sei denn, ich mache uns nochmal Bündel. Da fehlt mir das. Okay, was soll ich machen? Ich muss es jetzt irgendwie schaffen, dass ich meinen Schläger da rein bekomme. Machen wir erstmal folgendermaßen, dass ich mal einen Anfang habe. So, das sperrige Ding hier rüber. Ich kann ja den Topf, solange ich hier bin, da rüber schmeißen erstmal, oder? Den werde ich doch wieder kriegen. So. Dann ist das schon mal erledigt. Und jetzt kann ich langsam wieder hier einladen. Die kann dann tatsächlich da rüber. Den kann ich ein bisschen weiter da rüber ziehen. Und jetzt kriege ich doch auch meinen Topf hier rein, oder? Alles klar. So, weil ich will nämlich tatsächlich gucken, ob ich jetzt hier nicht einfach einen Baum wegballern kann. Für Long Sticks. Tatsächlich, es geht. So, meine Lieben. Dann fangen wir mal an. Ich bin gespannt, ob ich das heute schon hinkriege. Also ein Bett wäre schon eine Geschichte. Aber ich kann auch mit einer Kiste anfangen. Die ist kein Problem, ne? Jetzt machen wir erstmal den Baumblatt und gucken, was da rauskommt. Das ist ja mein erster Baum. So, hier liegt er jetzt. Holzscheit macht er da nur. Ich hätte so ein bisschen schwören können, dass hier mehr in Holzbretter zerteilen. In Holzbretter zerteilen. Ich hätte jetzt gedacht, dass da wahrscheinlich Sticks mit rauskommen. Wir probieren mal mal so einen Baum. Gut, da kriege ich schon mal Bretter rausgeschnitten. Das ist ja schon mal ein Anfang. Ne, Digga, ich muss mit F. Mal gucken, was hier jetzt passiert. Wenn nicht, muss ich die Büsche wieder machen, ne? Da haben wir auf jeden Fall schon mal lange Sticks rausgekriegt. Ein Bett wäre halt schon cool. Die Frage ist, wie kriege ich das jetzt? Da reingeschleppt. Da muss ich mein Invertrag gleich nochmal organisieren, ne? Sind das jetzt auch nur solche Dinger? Tatsächlich. Also weiß ich da auch schon mal Bescheid. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen schade drum. Da hinten wäre ein Busch. Kass auf, ich gucke nochmal kurz rein, bevor ich loslege. Handwerk. Ein Bett wäre dein Ziel. Ach, ich kann es schon herstellen. Wo hat denn der den Longstick? Wo hat denn der den Longstick? Wahrscheinlich im Inventar. Komm mal her, dann probieren wir das mal. Bin gerade ein bisschen überfragt, wo ich den her habe, ne? So. Bauen wir uns jetzt wirklich ein Bett? Wir haben auch Zeit nach den Folgen, oder? So, hier unten werde ich wahrscheinlich dann Essensutensilienkisten machen. Hier. Ach, da geht es ganz hoch, ne? Vielleicht könnte ich da oben. Kann ich das Bett hier drüber setzen? Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, das ist mein erstes Bett, das ich jetzt baue in dem Spiel. Machen wir es einfach mal. Ja, ich kann es drüber platzieren. Mach ich. Mit Axt füllen. Hä? Ach, das Blueprint kannst du immer setzen? Ich weiß jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Warte mal, geschwind. Mach mal die Axt weg. Das geht nicht. Ich nehme an, dass ich es hier... Du arbeitest bereits daran, einen Bauplan dieses Typs umzusetzen. Wenn du einen weiteren platzierst, wird das Projekt... Jetzt muss ich es füllen mit irgendwas, ne? Ne, ne, du brauchst es nicht nochmal. Aber wie meint er das? Aktion. Brauche ich jetzt den entsprechenden Loot, oder? Wahrscheinlich. Aber die Stofffetzen habe ich doch am Mann, die soll da mir doch normalerweise vier Stück, oder muss ich erst alle vier zusammen haben? Eins, zwei, drei. Das sind Lumpen, aber das sind Lumpen, aber die meint er doch, oder? Und hier habe ich vier. Und dann habe ich meine zwei Gun. Vielleicht musst du auch alles gleichzeitig am Mann haben, bevor es dann geht. Ne, weil ich habe auf jeden Fall ein Messer. Ich habe die vier Lumpen. 15 Seile, das habe ich gar nicht gesehen. Habe ich 15 Gun? Ich habe 5 und 8 sind 13. Au, das kann natürlich sein, dass man das erst alles zusammen haben muss, ne? Ha, siehste, wieder was gelernt. Scheiße. 15 Gun. Kann ich auch... Ich muss jetzt mal gucken, ob ich so drei Longsticks irgendwo herkriege. Also ich habe es in Blueprint gesetzt. Ich dachte schon, ich kann es bauen, ne? Aber dann erklärt sich für mich auch... Geht es mit den Kisten genauso? Kurzer Moment, ich muss das alles noch rausfinden, ne? Wenn ich jetzt hier reingehe und sage, ich möchte jetzt auch gleich so eine Kiste noch irgendwo angezeichnet haben. Da gibt es dann die hier. Und für die fehlt mir ja offensichtlich der Skill. Hier hat man eine Holztruhe. Für die brauche ich was. Acht Holzbretter und drei Draht. Ja, das funktioniert so. Das ist aber cool, dass es so geht. Das heißt... Schade, an die Wand geht es nicht. Jetzt passen wir auf, dass wir mal einen Anfang haben. Mache ich jetzt mal eine Kiste hier hin. Setze die aber schön. mit einem Draht füllen. Ach so, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe ich es kapiert, ne? Pass auf, du brauchst für das Bett drei Sticks, vier Lumpen und ich habe null von drei Sticks. Also ich brauche nur noch drei Sticks, dann ist die Kiste fertig. Und ich brauche noch Seile und acht Bretter. Und die acht Bretter waren doch da unten, oder? Wieso läuft das jetzt nur noch langsam? Obwohl ich es mit der Maus mache. Jetzt hat er es wieder. So, jetzt pass auf, ich habe doch irgendwo ein Baum gefällt. Sollte doch theoretisch möglich sein. Ja, wie geil jetzt. Das war runter zum Fluss, dann machst du wieder zu. Das heißt, ich hole jetzt die acht Bretter, dann besorge ich drei Sticks. Und dann geht es nur noch darum, dass wir uns ein paar Seile flechten. Auch das können wir uns herstellen, haben wir schon gemacht. Dann haben wir die erste Kiste und das erste Bett morgen. Und dann räume ich die ganzen Loot-Schichten um. Ich muss jetzt nur mal gucken, ob ich das nochmal wieder finde. Inventar. Wo habe ich den Baum gefällt? War der nicht hier? Das wird doch jetzt nicht wegspawn sein, oder? Und einen Baum habe ich ja da hinten rausgelöst. Wir gucken mal, ob das Zeug noch da ist. Wenn nicht, mache ich nochmal einen klar. Hier liegen sie. So, stopp. Er hat mir gesagt, ich brauche für das Bett die Longsticks und für meine Kiste acht Holzbretter. Und hier konnte ich doch vorhin in Holzbretter zerteilen. Acht Stück brauche ich. Da brauche ich die Axt dafür. Sehr gut zu wissen. Acht Holzbretter. Damit fängt alles an heute. Eins. Oh, da brauchst du wieder Platz ohne Ende. Ich sehe schon. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Ich hoffe mal, dass ich damit jetzt gleich hinkomme. Ne. Boah, Leute. Da habe ich auch nochmal die Möglichkeit, was runterzuräumen. Hier habe ich die Möglichkeit. Ich muss jetzt halt gucken, wie viel Platz das braucht. Oder sieht man es? Ich sehe es nicht. Hier passt es auf jeden Fall schon mal nicht rein. Aber schon wahrscheinlich wegen Gewicht nicht, ne. Hier könnte ich es aber reinbringen. So langsam tastet er sich voran. Wenn jetzt ein Zombie kommt, erschrecke ich so derbe. Das verstehe ich nicht. Ich muss doch das da rein kriegen. Wie kriege ich das Brett in die Hände nehmen? Kann das sein, dass ich die Bretter einzeln tragen muss? Doch nicht wirklich, oder? Bretter. 100%. 1,2 Kilo. Ja, und dann tauscht das einfach nur aus, ne. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Ja, das geht nicht. Okay, Leute. Dann pass auf. Ich werde jetzt tatsächlich, unabhängig davon, die Bretter reinbringen ins Haus. Einzeln. Ich lasse mich da gerne beraten, ja. Was ich da jetzt wieder übersehen habe, dass ich die Bretter nicht rauskriege hier gescheit. Gibt es Bretterbündel? Gibt es vielleicht Bretterbündel? Bündelholzbretter. Dann kann ich ja zumindest schon mal ein paar Bretter schnappen, ne. Drei Stück wohl. Okay. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Ich bringe das jetzt alles schon mal ins Haus. Und dann bauen wir uns morgen die Geschichten fertig auf, bevor man auf die nächste Lootour geht, ja. Bündelholzbretter. Aber ich nehme an, dass es hier noch fehlt. Dass es hier noch zwei raus muss. Ich habe aber nichts, was in die Richtung gehen würde, ne. Und drehen kann ich es offensichtlich nicht. Wenn ich es doppelt klicke, nimmt das nirgendwo mit hin. Also bleibt mir nur eins. Bündelholzbretter. In die Hände nehmen. Und ab in die Bütze. Huch, er rennt schon. Er freut sich auf sein Zuhause. Meine Lieben, wir sehen uns morgen hier wieder. Ich bringe jetzt zumindest die Bretter schon mal hoch. Damit wir dann morgen in aller Ruhe uns die Sticks noch suchen können. Dass wir die zwei Sachen aufgebaut kriegen. Dann werden wir Loot verteilen oder umräumen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie viel Platz in den Kisten sein wird. Und dann geht es weiter, ne. Freue ich mich auf die Runde morgen. So langsam ergibt sich alles. Ich freue mich sehr. Das macht saumäßig Spaß. Freue mich auf morgen. Kommt wieder rein, wenn ihr Bock habt. Gleiche Uhrzeit, ne. Bis dann. Bis dann.